Werkzeug des Todes. Meint ihr die Hüllen in der RCS schlüpft der Richter da? Meint der das mit? Werkzeug des Todes, dass das er die benutzt dafür und rumklotzen hier ist das der Richter ja ich habe gesammelt hier unten ist was zack 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 runter 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 los dann geht er zeigt was macht denn das? das weiß ich doch nicht lass mich doch gucken junge sieben hinweise ok wer ist denn das? oh hier das ist anklagend urteilen streng ne? doch du weißt meine Schuld du kannst dich stolzen dass eine Bestrafung fällig ist wer ist denn Bestrafung? Freunde wer ist denn Bestrafung? Missfällig die eine Hexe? hier habe ich noch was oh guck mal da liegt was da fehlen immer noch drei Hinweise was war das? ich guck es mir an ein Gefängnis im Gefängnis das ist ja auch interessant hier ist das ok ein Gefängnis ein Gefängnis oh das ist eine Hexe was ist das? ich enthülle oh das Symbol wer hat das gezeichnet? oh weiß ich nicht gib mir doch mal Zeit um mir das anzugucken ich stresse mich doch gar nicht so wer ist denn das da? wer bist du? du bist also noch mal hast du eine Hengste ach ich wusste es doch fliehen ich guckste eigentlich schwer ich steh für Gerechtigkeit ich steh für Gerechtigkeit ich steh für Gerechtigkeit ich steh für Gerechtigkeit was? oh alter das ein und aus geblende jetzt hier Gefangene Abigail ok warte 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 das ist bestimmt falsch ne? ich bin aber das Zeichen ich bin aber recht rechtschaffen vor doch du weißt du deine Schuld und kannst dich leugnen dass das bestrafung fällig ist ich dachte hier steht für Gerechtigkeit hier ist das Recht deine Mörder und Schlauen haben vom Gericht nichts verloren du bist da der kommende Unbeugel die Familie jener unschuldigen Seelen die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast in die Richtlasten wir werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren ne oder? Entschuldigungen? ach komm hör auf das ist nicht dein Grund ist doch nicht wahr ah ne ich weiß wer der Mörder ist der Typ der mich umgebracht hat der Typ der mich umgebracht hat ist der der Gang sie ist der Glocklormörder wie ist das möglich? ja siehst du doch Jungen ich muss hier raus wo sie ausfindig machen alter du Bitch ich mochte dich du blöde Kuh oh ich hätte noch so viel erkunden können du blöde Kuh wegen der bin ich tot mir fehlen noch Hinweise oh ne also nicht Hinweise ne ihr wisst schon da sind ja noch irgendwo Bücher und Kerzen versteckt was ist das krass die Wednesday ist es ja gut wenn du da gehst ja wegen so uns von alter oh ach kacke oh ne hat die Rex in Besitz genommen? Kinder Joy wer kommt ja ja wir befreien sie jetzt worte jetzt stress mich nicht oh ne ähm ähm weiß ich nicht in die Kirche ah nicht so warte 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 Zielortes hier das ist es noch mehr so ich dachte wir sind schon durch ne das ist falsch ah hier hier oh ne das ist es Entschuldigung noch was das bedeutet ihres Todes wo sie getötet wurde oh Junge du bist so langsam der Garten muss sie oh ne ich will da ins Museum oh ne ich muss weinen ja der Mörder kann mich mal alter jetzt ohne Mist ich hab die Geschichte noch nicht mir fehlen noch ein paar Hinweise so hier ist noch was ich brauche nur noch zwei jetzt ist er schon bei Haus nice oh Katze ähm Katze Boah alter wieder zum Museum ne mal Apropos bisschen beiseite Diggi ich seh doch sonst nichts wo ist das Museum gewesen schon wieder nur ein Hinweis gefehlt ich hab den jetzt ewig nicht gefunden ich verlor warte mal Konzentration wir müssen wieder zum Museum ähm was ist hier drüben was ist hier drüben äh warte warte das ist das Revier ah hier hinten alles klar wo war das gerade hier alles klar wir sind da ich bin da ich bin da ich bin da niemand verdient in dieser Mauner zu werden und wenn der Psychopath versucht jemanden umzubringen behauptet er tue es für die Gerechtigkeit dann ist das nur noch verdrehter dann ist das nur noch verdrehter dann ist das nur noch verdrehter ah ne du verarschst mich doch gerade oder ich hab hier glaube ich auch nicht alle Hinweise gefunden das Problem ist du kannst halt nicht kapitelmäßig dann überall rein springen um dann die Rest zu finden fängst du halt nur von vorne an ich hab hier glaube ich auch nicht alle Hinweise gefunden Kinder Joy ah ne den hat er sich gekreilt nicht du Rex ah ja stimmt auch ich war da das hat nichts mit ihr zu tun weil 300 Jahre haben wir Hexen hingerecht die uns in unsere schöne Stadt verdanken da unten los müssen die den monischen Vertrag verheiligen und mit Kräfte verfüllen die sie nicht haben sollen genau wie du das ist ja nicht die mit mir zu vergleichen ruhig 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 brauner mach jetzt keine Druck und wirken sie auch damit Hände hoch so fort was macht sie aber die macht's richtig Junge Oh nein, Leute ich kann mich doch gar nicht verteidigen. Was denn? Oh meine Zeit läuft, willst du mich verarschen? Ich bin da, Besitzer greifen. Warum? Was? Oh heilige Scheiße, was muss ich denn hier machen? Was? Was? Läuft meine Zeit immer noch? Was muss ich denn hier machen? Warte mal, scheiße. Unsprüngliches Ziel? Nein. Oh hier, warte, warte, warte. Da haben sie doch mal geheult. Hier, nimm. Oh, hier rausgekickt. Super. Herzch. Super durch. Ähm. Ne, sind wir nicht. Genau. Bitch. Ich hab dich. Ähm. Oh oh. Das ist noch nicht okay. Muss man schon machen? Huh. Bitch, ich hab dich. Wie Zeit ist gekommen, Miguel Williams? Nein. 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 Es ist Zeit für deinen Sünden zu grüßen. Das darf aber nicht sein. Hä? Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiel ich gern mit. Guck mal, das geht mal auf. Oh. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod. Aber immer noch nicht über meinen. Hä? Hast du Stragrex genutzt, um mich zu töten? Rex war der, der einflusslos weichste. Ich hab nur das packettiert, der die Fruchtigte der ganzen Träger der Stadt. Natürlich hab ich da. Hat der blaue Augen? Wann nicht aus mit blauen Augen? Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht in meinem Tisch. Wer ist so ein von meinen Normaten? Ja. Baxter. Warum hast du Baxter getötet? Da kann man eigentlich alle Mörder um dich benutzen. Der Sonderste. 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 Ja warum... Ja warum hast du nur mich dann irgendwie, brauchen wir küschen? Ich weiß es richtig. Ich weiß jetzt nicht. Wo ist jetzt richtig. Warum musste ich sterben? Oh, was war denn das für ein fieses Lächeln? Ah, ne! Jutta, du hast verdient, du Sack! Oh, jetzt sind wir ganz irritierter Kleinen. Doch. Hast du aber. Boah, jetzt kommt mit Heulen, es ist vorbei. Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Oh. Ne. Das ist ja da halt gelacht, das ist lustig. Wenn das mein Ende ist, nehme ich dich mit. Jo. Tschüssi, Weinstein. War schön mit dir. Wir sind immer fertig mit dem Spiel. Kinder Joy ist dann auch tot und dann haben wir es. Haben wir es, ne? Boah, ich blend mich mal ein, weil ich glaube, das ist wirklich der Schluss. Hallo. Ich bin wieder da. Ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass jetzt nochmal 20 Millionen Dämonen kommen und ich die alle wegbrezeln muss. Hier guckst du. Oh, die ist weg. Ne, ist es noch da? Alles super. Wie tiefgründig. Wenn wir Glück haben, bleibt unser dunkles Leiter verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz ist nicht immer die Wahrheit. Ja, John. Bitte. Bitte. Ach boah. Echt jetzt? Ein Kind, das das Vergeben verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach einer Mutter. Nun, selbst die herzen Kops würden dafür vergeben. Ma? Ja, nicht so. Mutti? Wie ist das so? Seit der Nacht nach der Erwägelung in Infaft. Der Fall wurde offiziell geschlossen. Kann sein. Kann sein. Über Erinnerungen von Verblassen, Zeithalt und Wunden. Mit etwas Glück kann es leider seine Feufe finden. Mhm. Super. Der Tod begleicht alle Schulden, hat Vater gesagt. Ewig, als er glaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich an der Schulden gehst. Du musst rein. Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Oh, die Mutti ist da. Guck, hol's n' ab. Oh. Dicke Liebesgeplänkel, das will ich jetzt nicht sehen. Freunde der Sonne, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Juhu. Naja, cool. Ich freu' mir endlich die Kacke hinter mir. An und für sich, das Spiel war cool. Ich fand die Story schön. Ich fand die Grafik gemacht. Ich fand den Zaun cool und alles, ne. Die Dämonen fand ich total bescheuert. War überflüssig für mich, wie immer. Und diese Bugs. Vor allem diese eine verkackte Hauptbug, warum ich... Alter, das ist jetzt fast der Schluss. Das ist Schluss. Nee, das war kurz vorm Ende. Das ist kacke. Ich muss das ganze Spiel nochmal spielen. Finde ich nicht in Ordnung. Regt mich auf. Gerade jetzt, in dem Moment, schon wieder. Aber gut, ich hab's geschafft. Hat auf jeden Fall einen hohen Wiederspielwert, weil man, wie gesagt, noch extrem viel rausfinden kann. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Und die Dämonen, ähm... Reden wir nicht drüber. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Game. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.